Willkommen bei der LATELY SHOW. Wir schauen Dienstag einmal erneut aus London auf das nicht fahrende Tempolimit in Deutschland. Das es jedoch in fast jedem Staat auf dieser Welt gibt, außer allerdings in solch komischen Ländern wie Nordkorea und eben Deutschland. Hier in England und auch im Rest von Großbritannien gibt es ein generelles Speedlimit. Und man muss links fahren. Dies wurde vor allem entschieden, weil ein Speedlimit für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgt. Dass man wiederum hier links fahren muss, liegt daran … keine Ahnung … vielleicht sieht dann das Wetter in England einfach schöner aus. Vermutlich eher, weil der Ehemann der Queen einfach immer nur links gefahren ist und um noch weitere Unfälle mit ihm zu verhindern, müssen nun alle links fahren. Aber unabhängig davon sollten wir uns am Dienstag einmal die Zeit nehmen und uns das mit dem Tempolimit in Deutschland in der Show etwas genauer anschauen. Und nicht vergessen … am Freitag dann wieder unsere LATELY NEWS STAND … als andere da draußen sind ja bekanntlich nur Fake News … eine schöne Woche und viel Glück da draußen! … … … … Untertitelung des ZDF, 2020